Wut, Neid, Hass, also es kamen wirklich Sagen in mir hoch, die ich noch nicht von mir kannte. Sich dem überhaupt bewusst zu sein, dass man sich so verändert und dass die Dinge nicht mehr laufen, weil man selber nicht mehr die Person ist, die man mal war, das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Begriff. Meine liebe Susan, ich heiße dich ganz herzlich hier willkommen in unseren heiligen Hallen bei Grader. Ja, und es ist toll, finde ich, dass du hier bist, heute sogar live hier bist, denn du hattest ja einen ziemlich langen Arbeitstag, ziemlich viel zu tun gerade. Man kann sagen, du surfst die Erfolgswelle ganz schön doll. Stimmt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat auch mit diesem Bestseller, den du geschrieben hast, zu tun. Das stimmt. Ja, tatsächlich ist es so. Also gerade kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich glaube, ich habe mir da ganz schön viel in mein Leben visioniert. Dazu kommen wir später noch. Und ja, und dieses Buch hat auf jeden Fall dazu beigetragen, weil es ein bisschen meine Sichtweise dem Leben gegenüber beschreibt, aber auch von Zeiten erzählt, die auch mal ganz anders aussahen. Und denen habe ich mich gestellt, diesen Zeiten, und habe ganz schön viel in meinem Leben umgestellt. Genau. Und das finde ich halt toll, weißt du, weil es ist ja nicht so, dass, wenn man dich so sieht, denkt man, oh Mann, und sie hat alles, und sie sieht toll aus, und sie ist erfolgreich, und dies und das. Aber tatsächlich war das nicht immer so, sondern es gab auch ziemliche Tiefs. Und darüber berichtest du ja sehr ehrlich in diesem ganz, ganz wunderschön geschriebenen Buch, das einfach zeigt, dass jeder Mensch auch seine Herausforderungen hat. Egal, wie blitzend, blinkend, bling, bling das manchmal so aussieht, und da ist ja auch jede Menge bling, bling dabei. Definitiv. Aber es ist manchmal auch echt herausfordernd. Und dann hast du genau das Richtige getan. Nämlich, wie du sagst, sich dem gestellt, ne? Genau. Also, es ist tatsächlich so, dass ich grundsätzlich, würde ich sagen, immer schon mit einer rosa-roten Brille durchs Leben gelaufen bin. Ich glaube auch, das war so mein Türöffner im Leben, und nicht nur beruflich, sondern auch zwischenmenschlich, in meiner Ehebeziehung, Freundinnen, alles ist schon immer sehr schön präsent in meinem Leben da gewesen. Und ich glaube, das hat auch was mit einem selbst natürlich zu tun. Nichtsdestotrotz, ich würde so beschreiben, ist mir diese Brille zwischendurch abhandengekommen. Und zwar, weil dann eben eine Zeit lang alles nicht mehr so lief, wie es gewohnt war, kann man doch fast so sagen. Also, ich habe mir natürlich auch ganz schön, darf man das so sagen hier, den Arsch dafür aufgerissen, dass das so läuft. Also, es kam jetzt nicht von irgendwo her. Ich habe viel dafür getan und liebe einfach auch meinen Job. Und Tiefschläge gehören definitiv dazu. Aber es gab halt so diesen einen, über den ich in dem Buch explizit schreibe. Manche würden sagen, vielleicht ist ja ein bisschen Klagen auf hohem Niveau. Ja, okay, dann ist da mal ein Job weggebrochen. Aber ich versuche das natürlich ganz detailliert zu beschreiben, um auch die Menschen abzuholen, um auch ein bisschen zu erzählen und zu erklären, wie es in unserer Branche eigentlich so abläuft. Das kriegen die Leute ja so nicht mit. Von außen sieht es immer alles sehr leicht aus. Die Sachen kommen und dann sind sie da und dann sind sie weg. Aber wie lange wir eigentlich darauf hinarbeiten und was das für uns auch bedeutet und dass wir auch dafür stehen, für die Dinge, die wir machen mit unserem Gesicht. Und dass wir natürlich, wenn es dann nicht so gut läuft, das auch tragen müssen. Und zwar auch lange. Und das hat in mir ganz schön viel verändert, dass ich irgendwie gemerkt habe, so meine Energie hat sich verändert. Ich war sehr wütend. Ich war wahnsinnig wütend über diesen Niederschlag. Den habe ich dann schön mit mir rumgeschleppt, diese ganzen Gefühle. Wut, Neid, Hass. Also es kamen wirklich Sachen in mir hoch, die ich noch nicht von mir kannte. Und sich dem überhaupt bewusst zu sein, dass man sich so verändert und dass die Dinge nicht mehr laufen, weil man selber nicht mehr die Person ist, die man mal war. Oder manche waren sie auch nie oder müssen da überhaupt erst mal hinkommen. Das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Begriff. Also ich wusste das überhaupt nicht. Und dann fing ich erst an, mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. Das machen ja auch die wenigsten Leute, wenn es ihnen gerade richtig gut geht. Man braucht so einen kleinen Tiefschlag dafür. Und deswegen bin ich letztlich diesem Tiefschlag auch dankbar. Ja, weißt du, ich finde, in deinem Buch beschreibst du das auch so schön. Das war ja wirklich dein Herzensprojekt, das da weggebrochen ist. Also ich finde, das lässt sich schon vergleichen mit allen anderen Sachen. Weißt du, wenn man so für eine Sache wirklich brennt. Und es ist einem unglaublich, unglaublich wichtig. Und man hat lange darauf hingearbeitet, dass genau das jetzt im Leben ist. Und man gibt da alles rein. Und es macht auch total viel Spaß und ist mega erfüllend. Und dann bricht das plötzlich Knall auf Fall, ohne dass man sich das erklären kann, weg. Das ist, glaube ich, für jeden Menschen nachvollziehbar. Und ich glaube, auch fast jeder Mensch hat sowas mal auf die eine oder andere Art und Weise erlebt. Also ich fand das super nachvollziehbar. Und ich finde auch, deine Geschichte, die du so ehrlich beschreibst, die zeigt einfach auch eine Susan, die schon viel auch erlebt hat. Also auch mit der Mama. Damals als Kind hast du mich so berührt. Mit der Mama, die einfach krank war. Und die kleine Susan, die damals schon angefangen hat, auch so zu schauen, was kann ich tun, dass es der Mama auch gut geht. Und auch so diese Art, wie du das auch gelernt hast, in der Welt zu sein, das hat mich auch so berührt. Also ich könnte jetzt durch das ganze Buch gehen. Und ich fand das so lebendig geschrieben. Und ich hatte so das Gefühl, du nimmst mich mit auf die Reise durch dein Kind sein, durch das, was du erlebt hast. Und das war eben natürlich auch viele schöne Dinge, weil du das aber auch hast schön sein lassen. Aber es war auch letzten Endes so ein bisschen ja eine Strategie, quasi schon fast aus der Not geboren, weil du halt deine Mama auch und deine Eltern auch glücklich machen wolltest und stolz. Und du die Bühne schon immer auch bekommen und aber auch geliebt hast. Also so süß beschrieben, wie du das so erzählst, dass du dann da auch eben die Bühne schön gemacht hast und hast dich dann hingestellt und hast da schon vorgespielt und so. Und eigentlich auch, weil die Mama krank war, ne? Auch, weil die Mama krank war. Und es ist ganz spannend, wenn man dann so ein Buch schreibt und einem dadurch die Dinge auch nochmal bewusst werden, warum die Dinge so entstanden sind, wie sie sind oder warum man so geworden ist, wie man heute ist. Woher kommt diese rosa-rote Brille oder dieses Wort Strategie war mir natürlich vorher auch kein Begriff. Aber das ist wirklich spannend und ich finde es auch schön. Und deswegen habe ich auch über die Kindheit geschrieben, natürlich auch, um mich natürlich besser kennenzulernen und um diese ganzen Dinge besser nachzuvollziehen. Aber auch, um die Leser im Prinzip auch einzuladen, genau an ihre Geschichten zu denken und auch zu gucken, ah okay, bei ihr war das so, so, so. Dann ist es vielleicht bei mir andere Bausteine, die irgendwo hingeführt haben. Und man kann das hinterfragen und man kann einfach nochmal dahin zurückgehen und schauen, wo die Dinge herkommen. Und ich finde, das hast du einfach großartig gemacht. Du hast dir deine Themen angeschaut, du hast dir das auch aufgearbeitet und ich fand, ja du hast uns durch so eine lebendigere Reise mitgenommen. Das Buch ist ja nicht umsonst ein Bester da, es wurde ja dann recht schnell ein Bester. Aber auch da muss ich sagen, du zeigst wieder, dass dieses Dranbleiben, alles mit ganz viel Liebe machen, mit absoluter Begeisterung machen und auch mit Einsatz. Genau und das war glaube ich auch, was mich natürlich mit diesem Tiefschlag, über den ich schreibe, was mich da natürlich so wahnsinnig traurig gemacht hat, ist genau das. Ich habe das auch mit so viel Liebe und Einsatz gemacht und dann wird es ein weggerissen und das gehört aber auch zum Leben dazu. Also heute verstehe ich das, damals habe ich es nicht verstanden, weil ich habe genau das nicht verstanden. Ich habe gedacht so, wie? Hey, wir haben doch alle so viel investiert und so viel Leidenschaft und Liebe, das kann ja gar nicht schief gehen, aber manchmal kommt das Leben vorbei und verändert einfach alles und wir können das einfach nicht beeinflussen, was das Leben macht, aber wir können halt beeinflussen, wie wir damit umgehen. Und das war natürlich das große Learning und das ist das, was ich natürlich den Lesern zeigen möchte, wie war der Weg ja da wieder raus und dass es einen Weg auch raus gibt und dass man den selber gehen kann und dass auch keiner kommen wird. Also ich beschreibe es im Buch so ein bisschen mit, ich habe auch immer gewartet, dass einer irgendwie klingelt und sagt, so, hier ist dein altes Leben zurück, alles ist gut, das war jetzt zurückgespult und das passiert einfach nicht. Und es kommt auch niemand, der irgendwie sagt, komm, wir gehen jetzt los und machen die ganzen Steps, keiner kann es dir abnehmen. Also mein Mann ist natürlich ein großer Bestandteil in diesem Buch, deswegen gibt es so ein bisschen den Insider, Jakob sagt immer, weil Jakob sagt auch immer sehr, sehr schlaue Dinge. Kann ich bestätigen. Ja, der ist schon ein sehr schlauer Fuchs und der hat mir natürlich viele Türen geöffnet, aber durchgehen muss man natürlich selber und das musste ich dann auch erst mal verstehen, dass das nicht geht, dass das nicht funktioniert, dass jemand dir das abnimmt und das war für mich sehr wichtig und das war auch gut, weil nur wenn man durchgeht, kann man ja die ganzen Prozesse lernen. Und ich fand es auch so schön, du hast eine Szene beschrieben, wo ihr so am See entlang lauft und die Sonne scheint und du hast deine Sonnenbrille auf und es ist alles trist und grau, obwohl die Sonne scheint und ihr lauft am See und es ist eigentlich so weit, ja okay alles, aber es war wie so, als ob sich so, also so hatte ich das Gefühl in deinem Buch beschrieben, wie als ob sich einfach so eine dunkle Decke über dich drüber gelegt hat und ich glaube, das kennen viele, viele Menschen, dass wir so eine Phase manchmal im Leben haben, wo wir das Gefühl haben, ich komme da nicht mehr raus, alles ist einfach nur noch Einheitsbrei. Und in dem Moment aber hast du auch was für dich gemerkt, ne? Also da war ja dann wirklich so ein, ja nochmal so ein Aufwachmoment. So ein Aufwachmoment, genau. Also es war wirklich so grau und grau, es war weit weg von rosa-roter Brille und es war wirklich so jeder Tag derselbe und diese Lethargie und man setzt sich morgens auf die Couch, macht Netflix an und dann kommen die Kinder um 16 Uhr nach Hause und man sitzt immer noch genauso da, wie man sie entlassen hat am Morgen. Und es ist täglich grüßt das Mummeltier und es wiederholt sich und wiederholt sich und man erwartet aber, dass was anderes passiert. Aber wenn man nichts anderes macht, kann auch nichts anderes passieren. Aber das war mir einfach wirklich nicht bewusst. Und ich habe einfach gewartet. Ich habe gewartet und mich geärgert, dass dieses Leben so gemein ist und ich bin ja das Opfer und die Leidtragende und warum ist das eigentlich so gemein alles? Und genau, und dann kam eines Tages der Jakob zurück und fand mich davor auf der Couch und sagte, komm, wir gehen spazieren und dann liefen wir da und es war wirklich ein schöner Tag und ich habe es wirklich noch ganz präsent vor Augen, weil es war so kalt und klar. Und dann sagte er plötzlich zu mir, ist es nicht schön, dass wir einfach so spazieren gehen können? Und ich fing so an zu weinen und ich habe schon verstanden, was er sagt, aber ich konnte das gar nicht fühlen. Ich war so, und das beschreibe ich häufiger in dem Buch. Wir können halt irgendwie am schönsten Ort sein, aber wir nehmen uns immer mit und wir sind immer trotzdem da und ich konnte es nicht sehen, ich konnte es nicht fühlen. Ich habe mich umgeguckt und ich will das auch wieder spüren. Ich möchte das auch wieder so dankbar annehmen können. Aber das geht nicht, wenn man immer nur diesem Ziel nachjagt, dieses eine, eine, was nicht da ist, anstatt sich auf alles andere zu fokussieren. Ja, und ich finde, du beschreibst es einfach so schön und gibst damit so viel Hilfe den Menschen. Und ich habe das Gefühl, das ist auch immer wieder genau das, was dich auch begeistert, was dein Herz ganz weit macht. Dieses Strahlen, dass du den Menschen weitergibst, als ob du sie so ein bisschen an die Hand nimmst und sagst, komm, wir kriegen es schon irgendwie hin. Also du bist einfach wie so eine Inspiration für den Menschen, der vielleicht gerade Inspiration braucht. Ja, das ist auch wirklich ein ganz dolles Herzprojekt. Ich habe nie geplant, ein Buch zu schreiben. Es war jetzt nicht auf meiner Bucketlist drauf. Es kam zu mir so, das hat das Leben mir irgendwie auch dann irgendwann geboten. Aber auch, weil man so einen Schritt gegangen ist. Also ich habe irgendwann gemerkt, so ach, Texte schreiben mag ich. Dann fing ich auf Instagram an, irgendwie schöne Texte zu schreiben und habe dann gesagt, ich bin Sinfluencerin. Und man kann ja voll viel erreichen und Menschen positive Gedanken überreichen. Man muss ja nicht immer irgendwie nur schöne Fotos und so. Mach ich auch. Es macht jetzt auch nicht immer alles Sinn auf Instagram. Um Gottes Willen. Das macht aber dann Spaß. Wenn es keinen Sinn macht, macht es Spaß. Das ist auch gut. Und habe aber dann gemerkt, okay, das ist voll mein Ding. Ich mag voll schreiben. Und plötzlich kam dieses Angebot. Das war irgendwie so, ja, weil man irgendwie eine Tür öffnet und dann kam die andere Tür. Und dieses Feedback, was man jetzt so bekommt auf dieses Buch, das kann ich mit gar nichts vergleichen, was ich vorher hatte. Wenn Leute gesagt haben, oh, die Serie war super. Oder der Film oder die Show, die du moderiert hast, ist wunderschön. Und ich liebe meinen Job über alles, ja. Aber dieses Buch, da ist so viel Herz. Deswegen ist mir auch nicht so schade. Ich setze mich einfach überall rein. Ich saß gerade an der Maske und dann habe ich zu den Mädels gesagt, habt ihr eigentlich alle schon mein Buch gelesen? Dann kommt man sich manchmal absurd vor. Aber es ist wirklich so, man will einfach, dass es jeder liest. Ich meine, du weißt das. Ja, definitiv. Weil das ist einfach so sinnbringend. Ja. Und das ist eben auch so sinnbringend. Und das finde ich halt so toll, weißt du. Und das zeigt auch den Menschen zu Hause vielleicht, selbst wenn es gerade blöd ist und du dich überhaupt nicht wohlfühlst und alles irgendwie querläuft im Leben und es irgendwie gefühlt keine Hoffnung gibt. Und ich meine, selbst die Situation im Moment draußen in der Welt ist ja manchmal so, dass man sich denkt, wie soll es denn werden? Dann ist das hier wirklich ein Stück von Hoffnung, ein Stück Sonnenschein, ein Stück. Schau mal, wir kriegen das hin. Wir dürfen natürlich aufstehen. Wir dürfen aufhören zu glauben, wir sind immer nur das Opfer der anderen, des Staates, des sonst wems. Wir dürfen wirklich hingucken. Und da gibt es Möglichkeiten. Und du hast sie ergriffen. Und das macht dich aus. Und du gibst es sehr schön weiter, sodass man es für sich adaptieren kann. Genau. Und das ist das, was dich wahrscheinlich auch so glücklich macht, oder? Weil du weißt, ja, mit jedem Menschen, der es liest, ist vielleicht wieder die Chance da, dass einer aufsteht und sagt, okay, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand und ich mache hier was Gutes draus. Weil wir sind hier nicht einfach so auf dieser Erde, sondern weil es einen Sinn macht. Und es ist so schön auch zu merken, sodass die Leute es so gut nachvollziehen können und verstehen. Für manche ist ja so, diese persönliche Weiterentwicklung so ein bisschen so hu hu hu, schi schi. Aber es ist halt eigentlich total greifbar. Man muss es nur, jeder hat eine andere Art und Weise, es rüberzubringen. Aber ich glaube, dass meine Fähigkeit vielleicht irgendwie da ist, zu sagen, es ist alles ganz, es ist leicht. Also diese persönliche Weiterentwicklung muss jetzt nicht so kompliziert sein. Es ist einfach und es gibt immer, die Reise hört nie auf. Das ist ja auch so schön. Ich meine, ich habe dann irgendwie 80 Bücher gelesen. Dann war ich bei euch im Podcast und ich war jetzt auch nie vergessen. Dann sitzen wir da und ich war so, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt eigentlich als nächstes? Und dann hatte ich irgendwie tausend Ideen und du so, mach doch einfach unsere Ausbildung. Und ich war so, äh? Nie drüber nachgedacht. Aber, ne? Und dann passiert es so. Step by step kommt plötzlich alles, ne? Weil deine Energiewolke sich verändert hat. Und das hast du gemacht. Du hast dir deine Energiewolke angeschaut. Du hast geschaut, was ist da gerade drin? Und das war ja auch wirklich nicht immer ganz einfach. Aber du hast es auf eine leichte Art und Weise gemacht. Und ich finde, das ist es. Das ist auch das, was den Unterschied macht. Es muss nicht immer schwer und dann suhlt man sich da so drin rum in dem ganzen schweren Alten. Nein, du machst das irgendwie auch und du gehst dann weiter und du vermittelst das wirklich großartig. Also man könnte, also manchmal frage ich mich, wie kann man ein solches Buch einfach mal so schnappdiwapp schreiben? Gibt's doch gar nicht. Also muss man doch mega, es ist ja Wahnsinn. Hat dich die Muse geküsst, aber sowas von. Es hat mich wirklich die Muse geküsst, weil es war wirklich komischerweise so leicht. Und ich habe mal mir sagen lassen, wenn Dinge sein sollen, dann sind sie auch leicht. Ja, so ist es auch. So ist es auch. Es sollte einfach so sein. Weißt du, wenn du so jetzt zurückschaust, könntest du dir das sogar vorstellen, das alles musste irgendwie so sein, damit du da auch nochmal ein Stück weit mehr zu so einem mega Herzensprojekt kommst? Also wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich wäre ich da anders nicht hingekommen. Also und es war wirklich ein Prozess, weil ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, da hat der Jakob mich auch nochmal gesagt, wenn du jetzt nochmal tauschen könntest, würdest du lieber dann die Serie drehen oder würdest du lieber all das Wissen haben, was du jetzt hast? Und vor zwei Jahren konnte ich es noch nicht so richtig beantworten. Es war noch so ein bisschen so, ich weiß nicht, also ich könnte erst mal die Serie drehen und danach das Wissen bekommen. Und dann meinte er so, nee, aber dann würdest du es ja nicht bekommen, weil dann stimmt, wäre es nicht da. Und daher kann ich heute ganz anders A, den Job genießen und B, aber auch das Leben. Und ich sehe einfach die Menschen ganz anders, weil jeder Schritt dann einen weitergeführt hat. Und dann hat man durch diesen ganzen Weg dann und dieses Ganze hier und greater und da jemanden kennenlernen und da und so viele interessante Menschen und jeder bringt dich wieder zu was Neuem. Das ist so toll. Ja, und definitiv ist es ja wirklich auch, wenn du jetzt mal schaust, so dass du doch wirklich viel, viel, viel Erfolg plötzlich wieder hast auch. Und es ist ja auch nicht einfach so passiert, sondern sicherlich auch durch dieses Innere mehr und mehr bei dir ankommen, alte Dinge zurücklassen. Das heißt also, selbst wenn du jetzt vielleicht zu Hause denkst, oh Mann, bei mir sieht es aber gerade ganz anders aus und ich bin an einem Punkt, wo es irgendwie gar nicht so richtig weitergeht, es ist alles möglich. Und bei dir hat auch nicht die Sonne jeden Moment aus dem Popo geschienen, sondern es gab wirklich traurige, tiefe, ja schon fast ein bisschen depressive Phasen. Und jetzt ist es wieder gut. Aber das ist, weil du das auch hinbekommen hast, für dich selber hinzugucken. Und das gibt Hoffnung, finde ich, oder? Egal, wie ausweglos es manchmal ist, es ist alles für was gut. Das nehme ich da so mit. Genau, also dass einfach jeder Tiefschlag definitiv auch eine Chance bereithält, wenn man einfach die Perspektive verändert. Also ich glaube, alles ist eine Frage der Perspektive. Also man kann mit jeder Sache einfach sagen, so okay, das ist jetzt wirklich blöd, aber wenn man immer noch schaut, also so versuche ich das, zumindest mein Anspruch an mich selbst, ich schaffe es jetzt auch nicht jeden Tag, das wäre absolut gelogen, dass man dann einfach sich auf das fokussiert, was möglich ist und was eben schon da ist. Und auch ich erwische mich in meinen Mustern, ja. Also heute hatte ich einen Drehtag. Da sollte ich, ich sage, wir dürfen Studio Blue abholen, denn die sind gerade dazugekommen. Die waren gerade noch woanders und wir sagen einfach mal kurz Hallo. Hallo. Nehmen Sie mit auf unsere Reise. Genau. Denn da ist jetzt noch ein anderes Studio bei uns und die haben mich jetzt noch nicht gehört. Oha. Wir sind in Sideropoulos und wir sind gerade mittendrin statt nur dabei. Genau. Und ja, du warst jetzt gerade an dem heutigen Tag, der war herausfordernd. An dem heutigen Tag. Genau. Ich habe einen Drehtag gehabt und wir mussten auch, etwas ging auch um unsere Stärken und Schwächen. Und ich sollte meine Stärken, meine Schwächen erzählen und ich erzähle bei meinen Schwächen, dass ich mich immer ärgere über Dinge, die ich nicht ändern kann. Und das ist auch immer noch so. Und dass bei uns im Wohnzimmer ein Schild steht, es ist, wie es ist und es ist das, was du daraus machst. Und das erinnert mich jeden Tag da dran. Und ich erzähle das und auch meine Stärken. Und dann setze ich mich auf den Stuhl und dann kommen die anderen dran. Und den ganzen anderen, während die ganzen anderen sprechen, ärgere ich mich, weil ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und ich denke mir so, warum habe ich denn jetzt eigentlich das gesagt? Ich wollte das so gar nicht sagen. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht so, nein, nein, nein. Und dann habe ich aber mich selber, und das ist ja die Kunst und das ist das tolle Learning, selber sofort gemerkt so, oh Gott, ich mache genau das. Ich ärgere mich schon wieder über etwas, was ich nicht mehr ändern kann. Und das ist toll. Also toll ist, wenn man es dann merkt. Genau. Und das ist ja auch das, was du, also wir kennen uns ja schon länger und das ist jetzt so ein bisschen der Insider. Wir machen, wir gehen ja schon einen längeren Weg miteinander. Susan hat die Ausbildung zum Greater Coach bei uns gemacht. Und ich bin schon fertig. Und sie ist fertig. Und sie hat es großartig gemacht. Und genau das ist ja eigentlich so der Unterschied zwischen den Menschen, die manchmal draußen in der Welt noch das Gefühl haben, sie sind fremdbestimmt und es geschieht ihnen einfach so, wie du das ja auch im Buch so schön beschreibst. Aber dann plötzlich so zu merken, nee, Moment, es hat alles auch etwas mit mir zu tun. Und ich habe es in der Hand. Kannst du uns mal beschreiben? Was hast du da so für dich? Hast ja auch gerade schon ein paar Beispiele erzählt, aber in unserer Ausbildung auch nochmal für dich mitgenommen. Och, ich habe zu viel mitgenommen. Ganz ehrlich, also ich meine, das war ja eine Riesenreise. Und nachwirkend merkt man das ja dann immer mehr und immer öfter und auch in Gesprächen. Also ich bin ja ein bisschen in diese Ausbildung reingegangen, ohne jetzt den effektiven Wunsch Coach zu werden, sondern eigentlich wirklich zu sagen, so was ist mein Next Step? Was ist mein Next Level? Ich finde auch, dass diese Ausbildung für alles gut ist. Also man muss jetzt nicht unbedingt Coach werden. Also ich glaube, dass wenn man jetzt Unternehmer ist in einem großen Unternehmen, nützt es einem genauso, als wenn man Hausfrau ist zu Hause mit den Kindern. Also weil es einen ja durch seine Themen bringt und wir einfach aufräumen. Ich finde, ich habe das so empfunden wie einfach, ich räume jetzt einfach mal alles auf und aus und habe ganz viel rausgefunden über mich selber, aber auch einfach über Menschen. Und das finde ich so schön. Also ich habe das Gefühl, ich war immer schon empathisch, aber ich sehe jetzt einfach mehr die Menschen. Und ich verstehe einfach, ich finde, es sind so viele Sachen, die ihr da auch gesagt habt, dieses, also es sind so ein paar Sätze, die dann einen immer wieder begleiten, wie alles, was dich trifft, betrifft dich, ist so was, wo ich immer denke so, ach krass, das ist immer mein Thema. Und das finde ich so cool, weil das Coole ist, ich habe es gerade heute einer Kollegin gesagt, die auch ein Thema mit sich hat. Und da meinte ich so, die gute Nachricht ist ja jetzt, dass du das Thema bist. Wenn du jetzt sagen würdest, ich kriege die Krise, mein Mann, der macht mich wahnsinnig, dann würde ich jetzt sagen, okay, das ist echt doof, weil den jetzt zu verändern ist schwierig. Aber du redest ja von dir. Wie cool ist das denn? Das kannst du ja selber organisieren. Und das ist ziemlich gut. Ich freue mich da so, weißt du, weil genau das ist ja unsere Intention, so wie mit deinem Buch ist unsere Intention wirklich möglichst Menschen dazu zu inspirieren, selber zu schauen, rauszugehen aus dem Opfer, reinzugehen in den Schöpfer und zu merken, okay, ich habe da wirklich eine Wahl. Ich kann das verändern. Ich darf mir meine Sätze angucken, die da in mir sind. Ich darf schauen, was mich da eben noch so triggert bei und woran es mich vielleicht auch erinnert. Aber ich habe dann die Möglichkeit, es zu verändern. Und das zeigst du jeden Tag. Und ich finde, das zeigst du auch in deiner Branche, in der das auch wichtig ist, dass eben jeder Mensch die Chance erhält, sich nochmal zu reflektieren. Also Reflektion ist, glaube ich, somit das Wertvollste, was man erleben kann. Und das machst du und das gibst du weiter. Absolut. Das ist so wertvoll. Also für unsere Branche. Also ich glaube, wenn da alle so eine Ausbildung machen würden, dann gäbe es wirklich viel mehr glücklichere Menschen. Also in unserer Branche sind tatsächlich viele Menschen nicht glücklich. Es scheint nicht so. Es sieht ja nach außen immer genau andersrum aus. Und das ist ja der große Trugschluss. Aber ich meine, wir haben es alle schon gesehen, wenn dann Menschen wie Robin Williams oder so von uns gehen, wo man einfach dachte, das sind halt genau diese Momente, wo man sagt, okay, die haben halt eben nicht ihr Leben aufgeräumt. Und die sind so sehr im Außen. Dieses ganze Thema mit dem Außen. Und das ist, was wir suchen. Also eine Einheit war ja bei uns Selbstwert und Selbstliebe großes Thema. Und das fand ich total spannend, weil ich dachte noch am Anfang, ich werde es auch nicht vergessen, Walter sagt so, wer hat denn so gar kein Thema so mit Selbstliebe? So oder Selbstwert, ne? Also ich habe wirklich gedacht so, okay, ist jetzt wirklich nicht so mein Thema. Und dann ging es los, ne? Wer bist du ohne deinen Job? Wer bist du ohne, dass du Mutter bist? Und wer bist du eigentlich ohne, dass du Freundin bist? Und ohne, dass du Tochter bist? Oder all diese Sachen. Und es war so, okay, ich habe gar keine blassen Schimmer. Wer bin ich denn dann eigentlich überhaupt noch? Und das ist so schön. Also, weil natürlich sind wir alle noch genug. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was so viele gar nicht mehr glauben, ne? Dass wir so, wie wir sind, genug sind. Und das wieder so zu fühlen. Das ist ja auch ein Weg, den du auch beschrieben hast, so ein bisschen, ne? Und wie ist es denn jetzt? Also hast du das Gefühl, du kannst wieder die Dinge fühlen, so die, die, die Freude und, und auch den Erfolg, den du gerade hast. Wie ist es jetzt? Also jetzt ist es ziemlich cool. Also jetzt ist es fast ein bisschen zu cool. Also wir haben ja vorhin geredet, ne? Genau. Über die Vision, ja? Die Vision. Die Vision ist sehr stark gewesen und ich habe mich anfangs auch nicht so getraut mit den Visionen, weil natürlich man immer Angst hat vor, dass es nicht klappt, ne? Und dann traut man sich nicht so groß zu visionieren, weil dann denkst du so, na, ich will diesen Schmerz ja nicht nochmal spüren, ne? Und das ist so wie, wenn man die große Liebe verliert und sagt so, oh nee, also Männer will ich jetzt auf gar keinen Fall mehr, ne? Und dann traut man sich nicht mehr, sich das zu wünschen. Und, ähm, aber das macht ja dann irgendwann richtig Spaß, diese ganzen Visionieren, wenn man dann irgendwie gecheckt hat, worum geht's hier eigentlich? Und es müssen gar nicht so konkrete Sachen sein und es geht mehr darum, wie will ich mich eigentlich fühlen und so. Und dann kommt das plötzlich von ganz woanders. Und, ähm, da passieren wirklich lustige Wunder. Also wirklich Sachen, wo man denkt so, hä? Also warum ist das jetzt plötzlich auch so leicht? Ne? Ich suche jetzt irgendwie, ich brauche jetzt den und den Termin und, und es ist so, äh, ich hatte das jetzt, äh, ich hatte jetzt auch, äh, eine, eine Anfrage für, für eine Geschichte, ach du, die läuft ja übrigens, ähm, am Montagabend, ähm, um 20.15 Uhr in Sat.1, die Sat.1 Märchenstunde, Aschenputtel. Und, äh, da hatte ich das, äh, die Anfrage und ich fand sofort so, oh, Aschenputtel, cool, ja? Ich liebe Aschenputtel, da will ich unbedingt mitspielen. Und dann, ähm, hab ich das aber sehr schnell losgelassen. Dann kam der Anruf, hat leider nicht geklappt. Und ich war aber so irgendwie, 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 ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich hab, ich, das hat mich nicht so runtergezogen zum einen. Ich hab gedacht, okay, wäre schon schön. Also ich sehe mich da eigentlich total drin in diesem Ding. Und irgendwie, zwei Wochen später war so, du bist doch dabei. Guck an. Und das ist ja genau das, was wir machen. In unserer Ausbildung geht's ja nicht nur darum, nach hinten zu schauen, sondern sehr viel auch reinzugucken in dich selber. Was will ich denn eigentlich? Wie möchte ich mich denn fühlen am Tag? Was möchte ich denn erleben in meinem Leben? Und das hast du so toll gemacht. Du hast so schön visioniert und hast so viele Dinge in dein Leben gezogen. Und wenn du das jetzt auch gerne möchtest, wenn du hörst bei Susan, mein Gott, was hat sie da gemacht? Sie strahlt, sie ist happy. Sie erzählt davon, dass sie neun Monate so eine Reise gemacht hat, zusätzlich zu vielen anderen Reisen. Und so viel für sich nochmal gelöst. Wenn du das auch erleben möchtest, dann lade ich dich ein zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Und zwar mit einem unserer Success-Coaches. Und dieses Success-Coach zeichnet wirklich aus, dass sie unsere Ausbildung selbst gemacht haben. Das heißt also, alle Menschen, die mit dir da reden, die haben ganz, ganz viel Herz und die wissen, worüber sie reden. Und sie beraten dich. Sie schauen mit dir zusammen. Passt das von beiden Seiten? Ist das was für dich? Hilft dir das weiter? Unterstützt dich das? Dein Licht zum Strahlen zu bringen und immer mehr anzukommen in deinem Potenzial und in deinem Leben. Das ist wirklich etwas Einzigartiges. Wirklich hier auf dieser Erde. Was Einzigartiges, was du nutzen darfst. Und ich glaube, da sitzen wir beide hier als zwei Verfechterinnen, die sagen, nutze dein Leben, nutze diesen Tag, mach da was draus. Schau dir deine Themen an. Nichts ist so schlimm, als dass du es nicht heilen kannst. Ich garantiere dir das. Ich habe auch viel erlebt. Du hast auch viel erlebt. Garantieren wir dir, es kann wirklich besser werden. Also laden wir dich ein zu einem kostenfreien Bewerbungsgespräch, kostenlosen Kennenlerngespräch mit einem unserer Coaches, mit einem unserer Success-Coaches. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht Anfang oder Mitte März des nächsten Jahres im nächsten Grader-Coach dabei sein magst. Gute Idee. Es rentiert sich. Definitiv. Susan, ich danke dir sehr für deine Zeit nach diesem langen Arbeitstag. Es war mir ein Fest. Aber wir haben ja nur über schöne Themen geredet. So sieht es aus. Das macht Spaß. Toll. Danke dir. Und Susans Buch nochmal. Wichtig. Wenn man etwas liebt, dann muss man das. Absolut. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.